ich habe den client bereits aktualisiert und wir sind im sommer update mit neuem hintergrundbild und ihr seht das sommer 2019 update blue skies were pics fly nicht schlecht sechs bilder vor your village also der sechste bauarbeiter kommt wenn man denn das nachtdorf auch sehr weit hat also erst mal herzlich willkommen im sommerupdate ich bin jetzt mal einen tag später aber ich glaube das ist nicht ganz so schlimm ist halt mal so wenn du halt spät kommst aber ist ja nicht so schlimm ich fange hier jetzt ganz ganz fröhlich im rathaus zehn zwölferdorf an denn ich habe mit meinem rathaus neuner dorf das update eben schon mal angestattet und habe einen ganz ganz bestimmten punkt mal nachgeschaut denn der punkt ist hier in einem kleinen detail versteckt aber ich meine so von außen sieht man erstmal nichts die gängigen sachen die wir sicherlich im labor sehen mein labor zeigt wieder an ich kann wieder researchen das natürlich cool ich kann wieder etwas leveln bzw wir können etwas höher machen nämlich die dunklen zauber der erdbebenzauber der fledermaus zauber und der gift zauber finde ich sehr sehr gut muss ich mal muss ich wirklich sagen an truppen haben wir jetzt nur den golem dass man dort das aber nicht so schlimm der golem hat es mal hat es mal verdient dass man ein level hoch geht aber die sachen möchte ich mir eigentlich ganz gerne mit mit den hämmerchen hoch hoch hauen genau wie auch natürlich den einen anderen helden ich habe so ein bisschen im pass vorgearbeitet so dass ich auch noch mal glaube ich eine dunkle ruhe kriegen und so weiter ich meine ein bisschen dunkles verschwendet man jetzt natürlich weil was kostet denn eigentlich was kosten denn die helden die queen kostet 192 tausend also ich hau immer so 50.000 irgendwie so in sack ja das ist auch ein bisschen eigentlich ein bisschen doof muss ich sagen aber okay was willst du machen bisschen überhang ist ich bin in eine kobold liege gelandet hier ich bin im moment in gold 1 und wir wollen mal auf angriff gehen denn hier sehen wir ja schon die erste neuerung finde ich wirklich wirklich gut ich habe mich da eben schon durchgeklickt und jedes mal wenn man hier rechts übrigens klickt also auf trainieren single player oder multiplayer ändert sich das bild und finde ich sehr schick animiert aber was mir jetzt schon aufgefallen ist ich kann hier sicherlich alle alle trainings sachen spielen das konnte mein rathaus neuner nicht mein rathaus neuner konnte nur bis zum bis ich glaube einschließlich zehn machen ich glaube zehn waren auch anklickbar danach steht natürlich drunter upgrade your townhall also man muss dann das townhall leveln um hier unten auch in den genuss der weiteren trainierer rein hier zu kommen und finde ich aber ganz ganz gute single player ihr seht ich bin immer noch nicht wirklich weiter weil eigentlich wollte ich die er spielen wenn rathaus 13 irgendwo mal kommt und im multiplayer ist das gewohnte bild hier hat natürlich jetzt die die legenden liga ihren eigenen button also dass man dann die legende ist ich werde dann auch heute mal in die runde hier fragen wie wie das eigentlich ist mit den jetzt mit den wolken vor allen dingen was ich aber natürlich auch testen wollte also das ist ja nicht die einzige sache die hier neu ist sondern wir könnten auf bilderhol 9 gehen wenn wir denn genug klar wenn wir denn genug gold hätten haben wir noch nicht also müssen wir noch ein bisschen was fahren ich habe es auch fast geschafft bis zum nächsten bilderhol update hier alles fertig zu bekommen mir fehlen jetzt noch vier mauern ich glaube das ist nicht ganz so tragisch das kriegen wir sicherlich noch irgendwo hin und aber finde ich schon mal sehr sehr schick was jetzt noch mal gerade gucken was ist da eigentlich was es da gab nicht magische sachen sondern an den sachen hier hier sieht man den otto glaube ich mit ihm in dieser ganz ganz kleinen hütte und die kann man dann ja letztendlich leveln was es natürlich zusätzlich gibt ich finde es eigentlich in ordnung ich denke einige werden sich dieses paket können ist das webmaster bilder pack also dieses bilder paketen ist gar nicht das monumental park das monumental park denn in dem monumental park nur in diesem monumental park ist eine battle machine statue drin und ich glaube einige werden hier zuschlagen für 5 9 40 ich vielleicht auch mal gucken ich bin eigentlich nicht so ein jäger und sammler von statuen aber ich finde ich finde das pack dieses paket finde ich in ordnung finde ich absolut in ordnung auch vom preis her glaube ich ist das ist das ist das okay im anderen dorf sieht ganz ganz anders aus da gibt es gleich drei hellen bücher da gibt es gar nicht mal drei hellen bücher mit so ein bisschen bisschen gold dunkles elex und elex das finde ich jetzt ist nicht ist nicht so super viel das lohnt sich nicht wenn du sowieso gold pass spieler bist christoph am ende noch mal zwei helden bücher dazu und die meisten die jetzt max sind also 60 60 die haben sowieso noch mindestens ein helden buch irgendwo oder universal buch in ihrer treasury die anderen pakete sind die sind in ordnung ich glaube es gibt jetzt im moment hier nichts was ich mir mit dem hammer hochhauen würde außer wahrscheinlich die queen was es natürlich noch neu gibt es gibt hier den research potion die brauche ich natürlich auch gar nicht aber ich glaube sie wirkt ja jetzt auch eben im home village auch nur okay im home village die benutze ich gar nicht also die 20 kann ich mir schenken hier sehen wir jetzt den cooldown der hammer ich habe das ein bisschen bisschen ja ein bisschen kritisiert das heißt also ich kann ein herr ein hammer nehmen jetzt habe ich ein timer hier 66 tage 23 stunden aber er ist auch nur auf diesen ein hammer und wir fangen hier natürlich ganz fröhlich an mit der queen uns die queen hier ein level hoch zu holen da ich das dunkle für den golem nicht ausgeben möchte ich meine dafür habe ich diese marken ja auch irgendwann mal angespart dass ich sie auch mal ausgebe das heißt wir können hier ein hammer auf fighting nehmen und ein hammer aufs belt also ich mache mir beides hoch erstmal für den goli gar keine frage denn das dunkle möchte ich doch ganz gerne in meine helden stecken also nehmen wir hier ruhig den hammer dann haben wir den golem schon mal ein level höher nämlich auf max level auf max level und wir nehmen auch ein zauber da könnt ihr gespannt sein welchen ich jetzt nehme einmal zauber also wir haben jetzt schon mal zweimal timer hier auf die sachen einmal den hammers bell hier ich habe allerdings auch ein zauber ich habe auch ein zauber buch und kosten der hier 160.000 das ist ein bisschen ein bisschen viel das ist ein bisschen viel also ist es jetzt nicht viel aber es ist für mich zeit aufwendiger das ganze rein zu fahren als mir jetzt eben mal den gift zauber hoch zu ballern erdbeben service da das ist nicht mein freund gift zauber das ist mein freund und der skelett zauber ist natürlich auch nicht zu verachten denn die skelette haben jetzt eine kleine rüstung an also wir erst mal eine kleine rüstung an aber ich denke mal der gift zauber ist für mich jetzt am wichtigsten eil zauber wäre jetzt auch nicht so schlecht stimmt der eil zauber noch alle vier dunklen zauber bekommen hier ein max level aber ich denke mal der gift zauber der bringt es jetzt für mich am meisten also haben wir schon mal drei hammer oder hammer verhämmert den vierten können wir nicht verhämmern denn ich möchte wir haben vier minwerfer zum updaten hier die kümmern jetzt einen hochziehen elf tage vier stunden da ich goldpass besitze bin normalerweise zwölf tage und da muss ich allerdings noch einiges reinfahren 96 ich möchte wenigstens ein in dieser folge hier an starten aber das kümmern ja das kümmern das bekommen wir ja hin also einmal dann auch in sack hier dann starten wir mal ein minwerfer schon mal ab oder an dann sind es nur drei ich brauche jetzt auch nicht so die die wilde masse an 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 bauarbeiter im moment und was mich aber wirklich ein bisschen bisschen ärgert muss ich sagen sind die überhängenden ressourcen hier wenn ich das jetzt immer mit der mit der dunklen rune mache ich glaube das mache ich denn doch nicht vielleicht mache ich das einmal aber ich glaube wir ziehen die queen hier noch ein level hoch 192.000 dunkles endlich kann ich den pot mal wieder mal wieder anfassen und ich habe hier ein heldenbuch können wir also gleich fertig machen und dann haben wir die schon mal auf level 62 also das ging jetzt mal flott ich kann endlich auch mal meine bohrer leer machen und endlich auch die karre hier aber ihr habt ihr gerade gesehen habt ihr gerade gesehen an der karre hat man jetzt die schaufel also man kann die karre jetzt endlich auch bewegen wir haben jetzt glaube ich immer noch ein bisschen was drin 26.000 die holen wir hier mal raus das sieht ja richtig das sieht richtig schick aus da können wir uns noch was wir gönnen dann hat das hat das ganze hier doch ein sinn jawohl das freut mich ein zauber nehmen wir mit nehmen wir mit für unsere luftangriffe 96.000 dann verballern war nicht ganz so viel machen das fertig mit einem trank den habe ich ja jetzt schon seit jahren glaube ich da drin jetzt haben wir schon mal zwei max level zauber mit dabei bekommen und so macht das ganze jetzt auch sinn also ist schon wirklich krank muss ich sagen wie man jetzt im rathaus 12 bereich hier dieses update eigentlich abarbeiten kann und nächste woche kannst du wieder nölen so nun wo bleibt das update aber mein mein bauarbeiter hier oben der zeigt mir natürlich dass ich jetzt mal eben 102 mauern wieder machen darf aber ich habe ganz gut abgearbeitet ich habe ganz gut abgearbeitet 102 mauern kann ich machen und mit elex kann man nun gar nichts forschen beziehungsweise nichts forschen nichts forschen aber wir können natürlich unseren grand warden hier updaten und ich möchte aber ganz gern nach wie vor ich glaube wir machen die queen einfach mal noch ein level hoch wir machen die queen noch ein level hoch wir haben hier nämlich noch eine schöne dunkle ohne also einmal schön das lager voll machen und was kostet sie sie kostet wieder 192.000 ok und dafür nehme ich jetzt das unibuch auf 63 dann haben wir es nur 48 dann level war erst mal rein bevor ich mir jetzt aus der zeitleiste hier nicht da sondern hier unten die nächste schwarze rune hole würde ich sagen fahren fahren mich denn doch mal so ein zwei drei stunden um hier was ganz normales mal laufen zu lassen in der hier der wutzauber geht ja hoch ja 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 8 mille ok der wutzauer geht ja auch noch hoch leute 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 muss ich mir mal was überlegen aber ich denke mal wir gehen jetzt kurz kurz mal ins farm rein hier nicht dass ich hier ja ich bin jetzt im richtigen feind im match hier und habe hier gleich so ein hammer gegner leute guckt euch das hat 700.000 800.000 und ihr seht ich habe die ck am hier am start ich habe noch ck am hier am start 63 die queen jetzt schon und okay ich glaube ich glaube da wo ich nicht mehr meine klaren woher meine klaren karre auszugeben die kann ich mir wirklich an der stelle mal mal mehr als sparen und was wie viele heiligen dabei alter falter ich habe eine ganze armada heiler dabei sechs stück ok da ist wahrscheinlich irgendwas beim spenden oder so nicht ganz nicht ganz kusher gelaufen weil kühlen habe ich dabei weil ich das event noch habe ein zwei dreimal ihn hier wie lange brauchen meine queen dahinten durch die durch die lücke man 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 ich nehme aber meine klaren book jetzt trotzdem mal mit ist ja ist ja schon böse ne king hier noch mit tun und der worten der worten hat ein neues bildchen sieht er jetzt auch anders aus dem muss ja mal gucken wartet mal ich muss mal eben was anderes was anderes markieren bevor ich jetzt ein bisschen näher reingehe glaube ich brauche gar kein zauber auch guckt euch den guckt euch den worten an alter der sieht cool aus der sieht cool aus erne der sah vorher auch schon so aus oder ist glaube ich nur das bildchen verändert oder sah der nicht schon ewig so aus ich weiß es gar nicht müsste ich mir mal ein älteres video noch mal angucken man 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 und das gleich auf dem ersten ding hier aber ich glaube der der wutzauber der könnten uns noch ganz gut zu gesicht stehen den hier noch zu bekommen auch den kriege ich auch noch alter falter das war der erste kampf und gleich so viel ressourcen okay der bonus ist natürlich jetzt jetzt ein bisschen bisschen mau aber ich wollte gerade sagen ich traine die armee mal nach die ist nämlich gar nicht mal so teuer sieht hat 1691 das ist jetzt nicht so wirklich viel an dunklem elex auch nicht das ist eigentlich in ordnung die können wir ruhig noch mal machen habe ich nicht einen einzigen zaubergrad verbraucht und ich würde sagen wir machen kurzen kat 86 mal sehen vielleicht nämlich doch ein hammer ich gehe mal eben in mich ich gehe mal eben kaffee holen und ich gehe mal eben in mich und dann gucken wir mal was wir noch machen können und hatte ich eben noch gesagt beziehungsweise zu anfang gesagt da war ich mir noch gar nicht sicher das video kommt doch am dienstag ich meine ihr seht es ja nun nun jetzt und ich bin jetzt also kein tag zu spät also am anfang das können aber mal streichen und ich habe hier noch immerhin immer noch challenge truppen am start denn wir wollen ich möchte ganz gerne heute noch die die ganzen helden bücher reinfahren et cetera et cetera pipi ich hasse das eigentlich egal wir nehmen die mal mit hier diese base hier sie ist jetzt nicht ganz so stark und ihr seht ich habe noch ich bin immer noch an den 40 stern dabei mit den bogenschützen denn die gibt glaube ich richtig punkte so wie ich das gesehen habe dann wird der tote hat jetzt immer dabei alles klar jetzt haben wir richtiges loch geschlagen da okay ich überlege gerade ob wir nicht vielleicht zum zwei wir nehmen wir nehmen mal zwei fronten hier wir nehmen mal zwei fronten so da ist gar kein minenwerfer das natürlich sehr cool und dann nehmen wir den eisigen hier mit rein einmal unsere bowler hier mit rein den dicken klanburg ich glaube ich glaube die klanburg spaß ich mir diesmal ich glaube in der in der region hier wo ich jetzt hier gerade so rumeier das ist nicht so wirklich also man kann gut fahren gar keine frage bonus lässt natürlich ein bisschen zu wünschen übrig ist aber auch nicht so schlimm ist glaube ich auch nicht so schlimm und ich brauche auch jetzt wieder glaube ich keine zauber wir nehmen hier unsere 31 wollte gerade sagen unsere 131 bogies mal in die pflicht die rennen jetzt alle erstmal zur bauhütte ok und jetzt gehen jetzt gehen sie aber jetzt peinen sie alle das rathaus an jawohl dann haben wir hier noch so ein bisschen was dafür und ein wenig dafür alles cool geworden sind wir jetzt mal der ist ja noch auf 30 der dicke auch noch auf 60 aber ich glaube ich glaube die helden gehen die fünf helden level hier haben auch oder die zehn helden level haben nicht mal lange gedauert von rathaus elf auf rathaus zehn wir kriegen den adler da brauche ich jetzt nicht mehr so viele dann habe ich die nächsten 1000 jams im sack und dann zünder unsere queen auf level 63 bin heute abend echt mal gespannt wie die sich in den zk schlägt einige hier im clan haben sie jetzt auch schon hoch gemacht und wieder kein zauber verbraten und wieder alter falter wieder ultra abgerockt hier donnerwetter 902 909 millionen 210.000 haben wir jetzt in jedem fall an elex kriegen noch mal ein bisschen was in unsere kasse hier rein und die ist ja nach wie vor nicht so teuer ich muss die machen ja ich mache die mal noch weiter ich muss die errungenschaften einfach mal schaffen hier elf sterne noch hier ne 21 sterne 21 sterne noch da dann mit den walküren das ganze im nachtdorf was machen okay das schüttelt mich zehn morgen kriegen wir kriegen das irgendwie gebacken aber so ein paar ganz ganz kleinigkeiten hatte ich noch so die baut nach baut nach sie muss ich nicht machen passt so gespendet habe ich heute auch schon passt ich habe jetzt auch noch zwei drei kleinere sachen entdeckt die habe ich jetzt vergessen nämlich das ist natürlich auch hier hinten jetzt den trainings die trainings portion für zehn marken gibt finde ich sehr sehr gut aber ihr seht ich habe noch fünf von fünf es gibt in leicht verteuert glaube ich die rescue die die forschung oder die die ressourcen portion ist glaube ich günstiger geworden mit zehn ich glaube die war vorher etwas teurer dafür ist aber die bilder portion etwas teurer geworden nämlich doppelte auf 30 ihr seht ich habe noch acht von fünf die tage hat wieder jemand gefragt warum kannst du 85 stehen haben das ist noch aus den zeiten wo das bei den events auch noch gestapelt hat das heißt also wenn ein event war dann und du hattest schon fünf dann wird das mit drauf gerechnet heute geht das nicht mehr heute geht das nur noch wenn du im shop kauf das heißt also angenommen es gibt heute drei bilder portions im shop und ich kaufe mir die dann steht hier halt elf von fünf und natürlich neu der forschungs trank den brauche ich jetzt nicht nicht wirklich ich muss sagen ich habe mich eben schon gewundert warum die queen hier nur immer nur 192.000 kosten weil eigentlich kostet die queen 240.000 glaube ich weil ich den gold pass haben deswegen kostet 192.000 das ist natürlich auch echt nett muss ich mal so sagen wirklich cool wirklich cool dass auch die kleinigkeit ich noch entdeckt habe ist das aussehen des 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 infernos hier aber ich glaube das aussehen änderte jetzt nicht wenn man auf single und das ist nach wie vor das gleiche aber mit herunterlaufenden lava hier hat was hat was böses finde ich der sieht jetzt viel böser aus als vorher und wir wollen ein bisschen was forschen ich habe jetzt den wutzauber nicht genommen ist es gibt komischerweise bei dem im pass kein zauberbuch es gibt im pass kein zauberbuch ich habe jetzt kein buch ich habe kein buch mehr kann nichts mehr verbraten ich habe ja eben die eine marke dafür genommen und hier im pass hatte ich mich echt mal gewundert bei den belohnungen beziehungsweise den rewards da kann man ja hier nachschauen in der reward list was gibt es und was hast du alles schon genommen ich habe noch nicht viel geclaimt das seht ihr hier ich kann also jetzt noch etliche sachen abholen auch für die bauarbeiter basis es geht also in jedem fall noch ein bisschen weiter aber es gibt hier nicht ein einziges buch das ist unverschämt des zauberst ok das haben wir hingestellt ist nicht so schlimm ein zwei bauarbeiter tränke hier eingeworfen wenn jetzt noch ein held level beziehungsweise es ist es lohnt sich nicht also ich finde es lohnt sich nicht wirklich hier zehn stunden noch noch drauf zu nehmen mal für so eine portion für eine forschungs portion und deswegen werde ich die auch nicht nehmen ich hoffe die kurze update folge hat euch trotzdem gefallen also streicht das am anfang da sage ich glaube ich die folge kommt erst ich bin wieder einen tag zu spät streicht das einfach ich bin doch pünktlich und dann sehen wir uns morgen auf dem mittwoch im live stream aus dem anderen klar da gucke ich jetzt mal rein ich gucke mal an ob wir schon gegner gefunden haben und wie aussieht bis dahin ciao ciao euer toto fest ja